Deutsche Verben. In diesem Video lernst du, wie man deutsche Verben konjugiert. Und zwar die Verben haben, sein und wollen. Ich zeige dir die Konjugation von diesen Verben in ganzen Sätzen. Fangen wir mit haben an. Ich habe Hunger. Du hast kein Geld. Er hat Husten. Sie hat Schnupfen. Es hat keinen Sinn. Wir haben Unterricht. Ihr habt Urlaub. Sie haben zwei Autos. Ich habe. Du hast. Er, sie, es hat. Wir haben. Ihr habt. Sie haben. Als nächstes schauen wir uns die Konjugation von Sein an. Ich bin 42. Du bist aus Italien. Er ist ein Mann. Sie ist eine Frau. Es ist nicht wichtig. Wir sind zu Hause. Ihr seid Engländer. Sie sind in Frankreich. Er ist ein Mann. Ich bin. Ich bin. Du bist. Er, sie oder es ist. Wir sind. Ihr seid. Sie sind. Und nun schauen wir uns die Konjugation von Wollen an. Ich will nach Hause. Du willst Deutsch lernen. Er will kochen. Er will kochen. Sie will einkaufen. Wir wollen umziehen. Sie wollen in den Urlaub fahren. Sie wollen in den Urlaub fahren. Er, sie oder es will. Wir wollen. Ihr wollt. Sie wollen. 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 Sie wollen.